Nummer 1 weil er ein Rüstungsschmied ist und Rüstungsschmiede können halt, ja, Rüstungsschmieden und Waffenschmiede können halt Waffen schmieden, das wurde uns auch immer und immer wieder gesagt. Gott sei Dank ist dabei sogar mal was hängen geblieben. Der hat sich schon wieder hier, ist gemütlich gemacht. Der fühlt sich wohl hier, ne? Plätze, stellt sich hier gerne mal hin und aßt so vor sich hin. Und ich meine, ich habe einen Waffenschmied gefunden, oder was heißt, mal gesehen, in der Burg, wo die Nilfgader sind. Da. Da. Achso, das ist ein Schleifstern. Ich könnte da jetzt hinbeamen. Will ich da hinbeamen? Weil eigentlich so richtig was... Achso, hier ist noch ein Ort der Macht. Ach. Komm schon. Ja, jetzt bin ich wieder da. Äh, da. Oh, da. Ähm. Ich hoffe, dass ich bei diesem Ort der Macht meinen Art verstärken kann. Aus dem reiten wir mal querfeld ein, da hin. Das Wild hat mir schon wieder die Rinde von den Bäumen gefressen. Was ist mit der Hütte hier? Hab ich die schon mal wieder zu? Bewegt dich! Na super. Kommt da nicht rüber. Na, du bist ja ein tolles Pferd. So den Tinkgaule, der. Die Tür ist zu. Langsam, langsam. Fühlst du Ärger? Hm. Hätte ich vielleicht mal vorher gucken sollen, oder? Na. Tja, aber hier gibt's nix besonderes. Alter! Die Götter wachen über dich. Alles Gute. Mutant. Ja? Ach. Nächste Mal. Weiter geht's. Los. Ah. Ach, Mist. Och, Leute. Ich muss gerade mit Entsetzen feststellen, dass ich doch ganz schön was auf die Nase gekriegt habe. Ich hatte keine Starkschwierigkeiten, ich musste mich gerade räuspern, Entschuldigung. Inventar, nochmal ganz schnell was zu futtern. Ne, ich hatte das futtern eigentlich immer oben. Wo ist mein Gaul? Das war ja irgendwie... Ne, das war nicht sehr befriedigend. War sehr unbefriedigend. Das Medaillon vibriert. Oh Gott. Noch so ein Geist. Vielleicht schaffe ich den Geist jetzt auch mal ohne. Ähm. Ich spreche aber trotzdem vorher nochmal ab. Ähm, ähm, ähm. Na, was denn? Hä? AXI AXI ist das was Sonst gibt es hier auch nichts Okay das war das AXI Zeichen Dann reiten wir mal Entschuldigung Dann reiten wir mal weiter in die Richtung Aber auch rechts Ah ja das müsste die Straße sein Schön durch den Sumpf Boah Da bin ich mir ein bisschen verritten Dann wollen wir mal Dann wollen wir hoffen Dass uns hier Der nette Mann Vom Schmied Barbaren Eine Ja was macht Ähm Ja was macht Platz Louis N. Herzer Louis N. Nordländ das hört sich sehr irgendwie sehr nordisch an wo ist denn der schmied der quartier meister willst du spionieren oder falschen ich möchte dass du etwas für mich anfertigst silberschaden beim greif ich weiß ja nicht silberbaren wo sind denn schämata silberbaren da fehlt mir was aber ich brauche jetzt sowieso kein silberschwert sondern ich brauche hier ein stahlschwert für den greifen tadaa ein viper silberschwert scheiße das ist ja auch ein silberschwert das kann ich sowieso nicht tragen sehe ich gerade das ist alles ein bisschen silberschwert sonst habe ich nichts dafür brauche ich noch ein stahlband und ich brauche noch ein eisenbarn aber eisenbarn hatte ich doch schämata gehabt oder eisenbarn wo bist du da eisenbarn habe ich wo sind das jetzt rüstungsdurchbauung minus 40 das ist das einzige was halt ein bisschen besser ist aber das ist halt die resistenz beziehungszeichen das ist irgendwie alles schlechter als das was ich habe und das für den schaden plus vier ich weiß nicht ob es das rechtfertigt da hätte ich gerne auch mal ein paar tipps für um sage ich zumindest dieses silberschwert für sie aber gar nicht gebrauchen ich glaube nicht dass der greif das ist was du denn noch so schön zeigt mir deine war sich von silberschwertern beeindrucken lässt ich glaube der lässt sich von stahlschwertern beeindrucken das das schwer zu genüge tun Hä? Hat er das jetzt genommen, oder wie? Gut, dann muss ich jetzt nur noch sehen, dass ich irgendwo hinkomme, wo ich mein A-Zeichen verstärken kann. Da ist es nicht. Hier ist es nicht. Ich finde nicht, dass es jetzt da ist, ey. Aber hier. Ja, aber ich denke mal, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Ist hier vielleicht auch noch dieses Schema? Du meinst doch... Hier könnte auch noch dieses, äh... Naja, dieses Schema sein. Ach. 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 Aber ich möchte niemanden spielenelasere. ja wir sehen uns im nächsten teil hoffe ich bis dahin schönen tag noch